Ausländer sind bei uns willkommen. Ich komme aus dem Vietnam. Ich komme aus Irland. Ich komme aus Afrika und bin neu hier. Ich komme aus Norwegen. Ich bin aus Südamerika. Und ich bin Deutscher. Und wir sind alle Freunde. Ein schöner Tag. Hey, wer bist du denn? Du bist die Neue, oder? Was machst du hier? Wirklich? Woher kommst du nochmal aus Afrika? Das ist ja ganz weit weg. Am besten solltest du wieder in deine Heimat gehen. Hier bist du nicht willkommen. Wirklich? Was hast du gegen mich? Ach, geh einfach von hier weg. Du gehörst nicht zu uns und du wirst auch niemals eine von uns sein. Was haben die Leute gegen mich? Und warum passe ich ihnen nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde mich beweisen. Ach, das machst du doch eh nicht. Wirklich nicht. Doch, ich werde es machen. Und zwar jetzt. Und auf der Stelle. So eine Mutprobe ist nur was für cooler. Und du bist uncool. Ich mache das jetzt. Nein, stopp. Julia, was willst du denn auf dem Dach her? Das ist gefährlich. Dir könnte was passieren. Oh, tut mir leid. Das ist unsere Schuld. Wir wollten nicht, dass dir was passiert. Aber wir haben gesagt, mach eine Mutprobe und spring vom Dach. Wirklich? Zum Glück habt ihr sie noch gestoppt. Wir wollten es echt nicht. Warum habt ihr mir denn sowas gesagt? Ich habe mich total niedrig gefühlt. Tut uns leid. Aber eigentlich sind wir doch alle gleich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.